Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem zweiten Unterrichtsvideo. Wir freuen uns, dass ihr fleißig trainiert und mit dabei seid. Heute einmal zu den Sachen, die wir brauchen, benötigen wir wieder am besten zwei Kissen, dann ein paar Becher, ein Seil, eine Schnur, irgendwas in dieser Richtung, was man benutzen kann und einmal eine Decke. Genau, wir haben heute den Basti dabei, der mir bei dem Video hilft und ja, wir hoffen euch geht es allen gut und wünschen euch viel Spaß beim Training. Wie immer am Anfang, die Kleinen kennen das natürlich, die Füße zusammen, die Hände an die Seite und dann begrüßen wir uns einmal, indem wir einmal verbeugen. Dann machen wir uns ganz normal warm, wir lockern den Kopf ein bisschen zur Seite, die Ohren so weit wie es geht, zu den Schultern, dann nach vorne und nach hinten und nach rechts und links, so weit wie es geht. Oder wie die Kleinen immer sagen, als wenn man Nein sagen würde und hier, als wenn man Ja sagt. Und dann kreisen wir die Schultern, auch da immer einen schönen großen Kreis machen und dann nehmen wir die Arme einmal an die Seite, gucken, dass wir Platz haben, machen einen kleinen Kreis, Arme schön gerade lassen, werden immer ein bisschen größer, noch größer, so groß wie wir können und machen fünf Kreise nach vorne. Eins, zwei, drei, drei, vier, fünf und gehen nach hinten, andersherum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, werden immer kleiner, wieder kleiner, kleiner, ganz klein und die Hände ein bisschen lockern und die Füße auseinander an die Hüfte und einen großen Kreis, so groß wie ihr könnt mit der Hüfte drehen. Auch da fünf Stück nochmal in jede Richtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf, andersherum und eins, zwei, drei, vier und die letzten Füße wieder schließen. Unsere Hände an die Knie festhalten und auch die Knie machen kleine Kreise, nicht zu schnell, sonst wird das ein bisschen zu wackelig. Und auch mal in die andere Richtung. Genau, super. Die Füße wieder auseinander. Vergesst nicht, eure Hände gehen immer in die Deckung und wir wirken zur einen Seite, zur anderen Seite. Denkt dran, unsere Füße drehen mit, die bleiben nicht auf dem Boden stehen. Genau, noch dreimal in jede Richtung. Eins und zwei und drei. Sehr gut. Ein bisschen lockern. Heute nehmen wir, um uns ein bisschen warm zu machen, eine Schnur oder das Seil. Wir legen das auf den Boden oder nehmen eine Linie. Wir stellen uns hinter das Seil, Füße zusammen und dann springen wir über das Seil nach vorne und wieder zurück. Das machen wir zehnmal zusammen. Okay? Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Genau das Gleiche machen wir jetzt, indem wir uns einmal seitlich drehen und springen mit beiden Füßen seitwärts über das Seil. Einmal so rum. Genau. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Sehr gut. Ein bisschen lockern die Beine. Einmal tief durch die Nase einatmen. Durch den Mund wieder aus. Jetzt legen wir das Seil zur Seite. Die Eltern nehmen das Kissen in die Hand und halten das so hoch, wie die Kinder dann drankommen können. Die Kinder gehen runter, machen sich ganz klein und versuchen, mit beiden Füßen sich abzudrücken, hochzuspringen und mit den Händen das Kissen zu berühren. Ja, jetzt geht es sogar noch ein Stück höher. Das kann man immer ein bisschen austesten. Wir machen fünf Stück. Eins, wieder klein machen. Zwei, wieder klein. Drei, runter, vier, wieder runter und die letzten fünf. Sehr gut. Ein bisschen lockern. Das reicht schon. Jetzt müssen wir uns ein bisschen dehnen. Das Kissen kann weg. Die Füße wieder ein Stück auseinander. Die Beine sind ganz gestreckt. Gucken, dass die Knie nicht knicken. Und gehen so weit wie es geht mit unseren Händen zu einem Fuß. Bis dahin, wo wir kommen, dass die Beine noch gerade sind. Die Eltern können immer ein bisschen schauen, dass die Knie nicht knicken. Genau. Und da halten wir das. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Strecken uns mal ganz gerade nach oben und gehen jetzt zur anderen Seite. Nach der Beine gerade. Und halten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Strecken uns wieder nach oben. Füße zusammen. Knie wieder gerade lassen und jetzt mit den Händen wieder so weit zu beiden Füßen, wie wir können. Ganz nach unten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieder nach oben strecken und alles einmal locker ausschütteln. Wir setzen uns einmal hin. Die Kinder nennen das immer den Schmetterling. Wir nehmen beide Füße aneinander. Und halten sie mit den Händen fest. Ziehen sie so weit zu uns ran, wie wir können. Und wippen ein bisschen mit beiden Knien nach oben und nach unten. Entweder nehmen jetzt die Eltern die Hände auf die Knie des Kindes oder man macht es selber. Nimmt eine Hand auf das eine Knie, die andere Hand auf das andere und drückt die Knie in die Richtung vom Boden, so weit wie wir können. Und halten das. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir nehmen die Knie zusammen, lockern die ein bisschen aus und wie immer, wenn wir uns wieder hinstellen, Hände in die Deckung. Einmal am besten hier drunter und dann können wir gerade nach oben aufstehen. Genau. Beine lockern und wir nehmen jetzt nochmal einen Fuß, einen Schritt nach hinten, unsere Hände in die Deckung und schwingen zusammen den Fuß so hoch wie wir können. Schwingen bedeutet, dass es jetzt kein Tritt, sondern einfach ganz gerade das Bein lassen und ganz wichtig ist, unsere Luft rauszupusten und immer auszuatmen. Wir machen fünf Stück mit jeder Seite. Hände bleiben immer oben. Eins und wieder nach hinten. Zwei und wieder zurück. Drei und vier und den letzten fünf. Sehr gut. Jetzt schauen wir, dass unsere Füße einmal wegzumachen, das Ganze mit dem anderen Bein. Hände oben. Eins, zwei, drei, vier und den letzten fünf. Sehr gut. Ein bisschen lockern. So, jetzt sind wir warm genug und können mit der ersten Übung beginnen. Wir nehmen uns einen Startpunkt, da lege ich einfach das Kissen hin. Die Kinder können sich neben das Kissen stellen und da fangen wir an. Wir stellen uns seitlich hin, ganz seitwärts. Denn wir laufen jetzt nach vorne zu den Eltern, ganz seitwärts. In die Richtung nach vorne. Wir machen eine Rückfaust. Bei der Rückfaust bleibt man genauso seitlich stehen. Ich zeige das noch einmal nach vorne. Unser Ellenbogen geht hoch und die Hand kommt von der Seite und wieder zurück. Wir treffen jetzt nicht gerade, sondern hinten mit dem Handrücken wird getroffen. Das Kissen halten wir jetzt nicht gerade, sondern so zur Seite, damit die Hand auch seitlich das Kissen treffen kann. Die Luft immer raus. Davon machen wir fünf Stück. Ich stehe hier. Immer nach vorne seitwärts. Eine Rückfaust. Seitwärts wieder zurück. Wieder nach vorne und zwei. Wieder zurück. Und der dritte. Drei. Zurück. Und vier. Wieder zurück. Und fünf. Genau. Und ein bisschen ausschütteln. Sehr gut. Dann. Als nächstes haben wir die Decke. Die legen wir wieder hin, sodass man drüber springen kann. Machen wir ein bisschen kleiner. Genau. Das Kissen kommt wieder zur Seite. Wir springen mit beiden Füßen über die Decke drüber. Und machen, wie gestern in der Challenge, zwei Vorwärtstritte, um das noch einmal ein bisschen zu üben, durch meine Arme. Mit dem rechten Bein. Zurück. Und mit dem linken. Durch die Arme oder durch einen Kreis wird das immer gemacht, damit man lernt, dass der Fuß von hier wieder zurück geht. Und runter. Und runter. Und nicht. Von da runter fängt. Das ist die Übung. Man muss ein bisschen das Gleichgewicht halten. Das ist das Schwierige. Und das machen wir jetzt auch fünfmal. Drüber springen. Genau. Ich halte meine Arme. Eins. Und mit dem anderen Bein. Zwei. Dann einfach rumlaufen. Wieder nach hinten. Genau. Und ein zweites Mal. Mit beiden Füßen springen. Und eins. Und zwei. Genau. Und einen letzten. Einmal wieder zurück. Und Sprung. Und eins. Und zwei. Genau. Die Übungen könnt ihr natürlich so oft machen, wie ihr möchtet. Wenn ihr die 20 Mal machen wollt, macht die 20 Mal. Das ist jetzt nur eine Vorgabe natürlich für die Übungen. Die Decke kann wieder weg. Ich schaue einmal, was die nächste Übung bedeutet. So. Wir nehmen wieder unser Kissen. Das ist ein bisschen für die Reaktion. Da muss man natürlich immer gucken, jedes Kind, wie groß ist mein Kind? Von wo kann ich es fallen lassen? Wir halten das Kissen nach oben. Am einfachsten ist natürlich, wenn man das am Anfang, das Kommando gibt, wann man das Kissen fallen lässt. Und wenn es zu leicht ist oder das schon gut funktioniert, dann kann man ohne Kommando das Kissen irgendwann einfach fallen lassen und man muss reagieren. Die Kinder nehmen ihre Hände in die Deckung, schauen die ganze Zeit am besten auf das Kissen. Ich zähle jetzt am Anfang bis drei und wir müssen versuchen mit der Faust, wenn das Kissen vor ihnen ist, das Kissen zu treffen. Okay? Ich halte das Kissen oben. Ich nehme die Sache mal ein Stück zur Seite. So. Dann zählen wir mal. Eins, zwei, drei. Genau so. Wieder aufheben. Wir machen das fünfmal. Eins, zwei, drei. Und den dritten. Eins, zwei, drei. Jetzt beim vierten und fünften können wir ruhig versuchen, wenn das geklappt hat, ohne zählen. Ich halte das Kissen einfach und irgendwann lasse ich es einfach fallen. Genau. Und ein Lächeln. Halten. Schön gucken. Und jawohl. Genau so. Dann. Können wir einmal abklatschen? Genau. Das Kissen kommt wieder weg. Als nächstes nehmen wir wieder unser Seil oder unsere Schnur. Ich lege das einmal hier ganz gerade auf den Boden. Das ist dafür, dass wir jetzt drüber balancieren. Das heißt, ein Fuß vor den anderen, ohne dass man runterfällt. Vorne machen wir jetzt eine Übung, die ist ein bisschen komplexer. Beziehungsweise erst starten wir damit, dass wir das in kleine Teile aufteilen. Wir fangen an, oben zu blocken. Wir machen das einmal mit euch zusammen, nur kurz hier vor. Gehen einmal nebeneinander. Die Hände sind hier. Wir nehmen einen Arm über unseren Kopf. Ganz wichtig, nicht auf den Kopf drauflegen, sondern da muss eine Lücke sein. Anspannen. Auch nicht neben dem Kopf oder dahinter, sondern einmal da drüber. Ganz fest anspannen. Die Eltern können das immer ein bisschen testen. Nehmen Sie von oben. Ein bisschen gucken, ob die Spannung drin ist. Und wir machen mal fünf Stück. Wir wechseln immer die Arme und wir atmen dabei mit der Luft aus. Eins. Die andere Hand. Zwei. Drei. Vier. Und fünf. Genau. Einmal die Arme auslockern. Dann balancieren wir über das Seil. Ich stelle mich ans Ende. Genau. Mit einem Fuß vor den anderen. Jeder so in seinem Tempo. Und wenn wir vorne angelangt sind, Hände in die Deckung. Mit der Hand von oben langsam. Eine Seite und die andere. Genau. Dann einmal wieder zurück. Und noch einmal. So langsam und konzentriert wie jeder muss. Über das Seil. Hände in die Deckung. Und eins. Zwei. Genau. Und noch einmal. Wieder zurück. Nach vorne. Genau. Hände in die Deckung. Und eins. Zwei. Die Angriffe natürlich in der Geschwindigkeit, in der es schon funktioniert. Bei den Anfängern erstmal langsam, bei denen die schon länger da sind, kann man das ruhig schon ein bisschen fester oder auch ein bisschen schneller machen. Das ist kein Problem. Das machen wir auch mit unseren Pratzen, wie ihr sonst auch beim Unterricht seht. Das funktioniert schon. Jetzt nehmen wir, bleiben wir hier bei dem Seil, aber wir balancieren jetzt nicht bei der nächsten Übung, sondern genau. Wir nehmen beide Füße nebeneinander und springen mit beiden Füßen auf die eine Seite vom Seil. Genau. Und wieder auf die andere. Immer ein Stück nach vorne. Von rechts nach links. Genau so, wie das schon funktioniert. Jetzt hängen wir nach den beiden Blocks. Halten wir wieder unser Kissen. Machen ein Block. Den zweiten. Und dann die Hände nach vorne. Eins. Zwei. Okay? Machen wir zusammen. Wir springen von rechts nach links. Dann eins. Zwei. Und die Hände. Eins. Zwei. Und wieder nach hinten. Und wir springen wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ein bisschen schneller. Eins, zwei. Und die Hände. Wichtig immer dran denken, wenn wir schlagen, außer Deckung und immer atmen. Und noch einmal. Blocken. Eins, zwei. Und die Hände. Eins, zwei. Und den einen letzten schaffen wir noch von rechts nach links. Oben. Oben. Eins, zwei. Und die Hände. Eins, zwei. Sehr gut. Ein bisschen ausschütteln. Die Arme und die Beine. Immer zwischendurch. Eine kurze Pause vielleicht, wenn es sein muss. Oder tief durchatmen. Normalerweise, wie gesagt, kommen die Kinder ja nicht direkt nacheinander immer dran. Es ist jetzt viel intensiver als normalerweise manchmal auch im Unterricht. Das Sein nehmen wir wieder zur Seite. Jetzt versuchen wir wieder ein Slalom-Parcours aufzubauen. Und nehmen wir drei, vier Becher. Genau. Von da angefangen. Mit ein bisschen Abstand hintereinander legen. Wir laufen durch den Slalom und von rechts nach links, ohne wieder einen Becher zu berühren. Und wir als Eltern halten mit der Hand von der einen Seite die Jacke oder das T-Shirt, was auch immer, an der Schulter fest. Nicht nur leicht berühren, ruhig ein bisschen festhalten. Ich zeige das einmal hier. Genau. Wir werden festgehalten. Jetzt ist es wichtig, dass wir beide Hände benutzen, um uns zu befreien. Wir ziehen nicht nach hinten, sondern wir schieben den Arm weg. Immer mit beiden Händen, weil zwei Hände zusammen sind ja viel stärker als eine. Wir gehen auch nicht hier hinten irgendwo hin, sondern möglichst nah dahin, wo wir festgehalten werden. Beide Hände einfach an den Arm. Und jetzt drücken wir mit den Arm so fest wie wir können. Und unsere Luft immer dabei ausatmen und festes Schieb. Einmal zur anderen Seite, einmal zur anderen Seite, beide Hände an den Arm und feste nach vorne schieben. Okay, wir fangen vorne an. Einmal durch den Slalom, so schnell wie ihr könnt. Festhalten, beide Hände und einmal schieben. Sehr gut. Und einmal wieder zurück. Jetzt nehmen wir die andere Seite. Schnell durch den Slalom, die andere Seite festhalten und wegschieben. Jetzt können wir beide Seiten hintereinander legen. Erst die eine Seite festhalten, weg und dann die andere. Sehr gut. Das machen wir noch einmal. Durch den Slalom, so schnell wie ihr könnt. Und eine Seite und die andere Seite. Genau. Sehr gut. Ein letztes Mal schaffen wir noch. Noch ein bisschen schneller. Eins. Zwei. Das war super. Ein bisschen ausschütteln. Die Arme. Genau. Und dann können wir die Becher wieder wegräumen oder das, was wir für den Slalom aufgebaut haben. Genau. Sehr gut. Als letzte Übung machen wir noch einmal eine Kombination, bevor wir zu ein paar Abschlussübungen und zu dem heutigen Wettbewerb oder der Challenge kommen. Wir nehmen wieder unser Kissen und machen aus den Sachen, die wir heute so ein bisschen geübt haben, noch einmal eine Kombination. Erstmal hatten wir vorhin die Kombination zweimal schlagen gemacht. Da hängen wir jetzt noch ein Knie dran. Das heißt, unser Knie geht nach oben. Dafür halten wir das Kissen von hier einfach gerade runter. Wenn die Kinder möchten, können sie ihre Hände auf das Kissen legen, um es ein bisschen festzuhalten. Und dann geht das Knie nach oben. Und die Luft immer dabei raus. Genau. Am besten das Bein, was das Knie macht, steht ein bisschen weiter hinten. Wenn es denn schon funktioniert. Sonst einfach nebeneinander, aber immer besser von hinten nach vorne. Da kommt noch mehr Kraft raus. Wir machen, wir bewegen uns so ein bisschen und ich halte das Kissen hoch. Eins, zwei, Hände runter und das Knie. Ein bisschen bewegen, ein bisschen bewegen und die Hände und unser Knie. Noch drei Stück. Wir bewegen ein bisschen und eins, erste Hände, dann das Knie. Und wieder bewegen und hochhalten, zwei und das Knie und den letzten. Da schauen wir noch. Und die Hände und das Knie. Sehr gut. Und ein bisschen lockern durch die Nase einmal einatmen. Durch den Mund wieder aus. Klasse. Super. Und das Kissen können wir weglegen. Jetzt, am Ende kommen wir noch ein bisschen zu einer Kraftübung, die unseren Körper noch ein bisschen stabilisiert. Wir legen uns wie für einen Liegestütz in die Position. Die Hände und die Beine. Und dann versuchen wir, ich zeige das mal so ein bisschen von der Seite. Und dann warst du gerade. Genau, dann sieht man das aus zwei Perspektiven. Versuchen wir, ein Bein von hier ein Stück anzuheben. Und wir zählen bis fünf und halten das mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieder runter. Das gleiche jetzt mit dem anderen Bein. Ein Stück hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieder runter. Jetzt probieren wir das mit den Armen. Ein Arm hoch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Sehr gut. Jetzt noch mit dem anderen Arm hoch. Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Wieder runter. Können wir wieder aufstehen. Alles ausschütteln. Sehr gut. Das hat super gemacht. Zum Schluss noch zehn super schnelle Turbo-Hampel-Männer. Wir zählen zusammen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Klasse. Das war's für heute von der Trainingsstunde. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß. Und zum Schluss zeigen wir euch noch, was heute als kleiner Wettbewerb ansteht. Denkt dran, wenn ihr mitmachen wollt, filmt diese Übung. Und am Ende der Woche schickt ihr uns gerne die Videos, entweder per Mail oder auch gerne per Facebook. Immer mit dem Namen des Kindes und vielleicht dem Standort, an dem ihr trainiert. Wir freuen uns schon darauf. Diese Challenge dieses Mal heißt, sind zehn Schläge hintereinander gerade, so sauber und so gut wie es geht. Sauber heißt in dem Fall, wir achten darauf, dass unsere Hände, wenn sie nach vorne kommen, gerade nach vorne kommen und wieder zurück in die Deckung. Dann die andere Seite und immer wieder zurück in die Deckung und dass unsere Luft rauskommt. Man kann das schnell machen, man kann das langsam machen. Hauptsache, wir sehen, dass es nicht alles immer runterfällt, sondern immer wieder gerade wieder in die Deckung kommt. Wir machen richtige Fäuste und dass wir ausatmen. Okay, wir machen es einmal vor. Zehn Stück. Ich zähle mal, der Basti schlägt. Von oben. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Jawohl. Genau so. Wenn ihr das so macht, seid ihr super. Ich weiß, ihr schafft das. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei. Wie immer am Ende nehmen wir unsere Füße zusammen. Wir wünschen euch einen tollen Tag. Habt viel Spaß. Die Hände gehen an die Seite. Wir stehen gerade und verabschieden uns wie immer, indem wir einmal verbeugen. Super. Wir sehen uns am Freitag.